So, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zurück, Dustin, aus deinem wohlverdienten Urlaub. Hallo Christoph, hallo liebe Clubmitglieder und Gäste. Herzlich willkommen zum Market Roundup in Kalenderwoche 25 vom 20.06. Heute ist Dienstag. Es ist einiges passiert, während du weg warst. Absolut, absolut. Speziell sind die Märkte relativ weit nach oben gelaufen. Ich glaube, für mich als Aktionär könntest du gerne öfter in Urlaub gehen, wenn das mit mir zusammenhängt. Aber ich glaube, es hängt nicht zusammen. Wäre schön, wenn das immer so passieren würde, wenn ich mal so eine Zeit lang weg wäre, wenn es immer so laufen würde. Ich würde mich freuen. Genau, aber du kannst jetzt mal Licht reinbringen, in was wirklich die Märkte bewegt und was natürlich nicht dein Urlaub gewesen ist. Los geht's. Genau, genau, genau. Wir schauen einmal rein und zwar gucken wir uns ja einige Themen an, kann man sagen. Viele Themen mal in Kürze, viele Themen vielleicht mal ein bisschen etwas länger. Die US-Notenbank hat die Zinspause eingelegt. Wie erwartet quasi, gucken wir gleich mal drauf. EZB ist weiter dabei, die Zinsen zu erhöhen, auch wie erwartet, kann man sagen. In Japan hat es eine ziemlich steile Rallye gegeben. Auch da werden wir einen Blick drauf herfen. Wir werden auch auf die Unternehmen gucken, die wir uns da in unser Depot gelegt haben, hier in unserem Onvista-Depot. Da können wir nämlich einiges an Bewegung ausmachen. Ja, FOMO, Fear of Missing Out, ich glaube, das ist somit auch ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist. Also man sieht ziemlich, ziemlich viele globale Themen, makroökonomische Themen, aber wir werden auch einmal auf einen einzelnen Titel gucken. Wie immer, AMD ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass wir das letzte Mal über den Titel gesprochen haben. Beziehungsweise, Christoph, dass du über den Titel gesprochen hast, letztes Jahr. Da warst du nämlich auch im Urlaub. Genau, so war es. Und ja, wir gucken mal ein, was sich getan hat, wie es sich entwickelt hat und was heither passiert ist. Wir starten wie immer mit einem Blick auf den DAX. Und Christoph hat es ja gerade schon gut angeschnitten. Der DAX hatte eine ziemlich gute Phase in der Zeit, in der ich mal nicht da war. Und auch in der letzten Woche ist es ziemlich steil bergauf gegangen. Schritt für Schritt kann man so sagen, ja, das Momentum hat eigentlich angehalten. Es ist eigentlich alles so passiert, wie man es wollte, kann man sagen. Die SEP ist den kleinen Zinsschritt gegangen, 0,25 Prozent. Die FED hat gesagt, sie legt mal die Pause ein, wie es auch erwartet wurde. Hat zwar so an der Seitenlinie noch gesagt, wir gucken mal, wie es wird. Und es kann gut sein, dass wir noch zweimal die Zinsen erhöhen müssen, also noch jeweils um 0,25 Prozent. Das hat man sich so ein bisschen offen gehalten. Das hat den Markt vielleicht auch so ein bisschen ausgebremst, muss man sagen. Grundsätzlich aber hatte auch der ein sehr positives Momentum. Und das sehen wir, wenn wir hier einmal auf den Chart zuletzt blicken. Also wir sehen diese schönen Formen, die hier überall nach außen gedrückt sind. Insbesondere natürlich bei den zinssensibleren Indizes. Hier beim Nestic 100, der ja sehr technologielastig ist. Und auch der S&P 500, der auch zu großen Teilen aus Technologietiteln gewichtet ist. Und einfach an allen Märkten hat man diese sehr positive Bewegung gesehen. Der Dow Jones, der natürlich auch nicht so stark gefallen ist, hat sich so ein bisschen schwerer damit getan, mitzuziehen. Nichtsdestotrotz sieht man auch da dieses positive Momentum. Also der Markt fängt so langsam an, hinter die Zinsen zu blicken oder ziemlich genau hinter die Zinsen zu blicken und guckt, was so als nächstes kommt. Und ja, was kommt so als nächstes oder was ist gerade schon im Gange? Ich habe mal ein großes Thema mitgebracht, kann man sagen, was genau zeigt, woher auch diese starke Marktperformance in den letzten Monaten gekommen ist. Es sind mal wieder die großen, wie so oft, viele Titel, die wir ja auch hier bei uns im Depot schon mal zumindest besprochen haben, gekauft haben und zumindest intensiver mal angegangen sind. Und man sieht es hier, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla, Meta, Nvidia jetzt ja auch mit quasi da im Boot. Und man sieht, dass diese sieben großen Stocks, jetzt könnte man sagen AI-Stocks, es ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber die großen Technologietitel dazu gefügt haben, dass der Markt halt sehr, sehr stark gestiegen ist. Während die anderen, man sagt so ein bisschen nachgehangen sind oder insbesondere die kleineren Titel, dieser Russell 2000, der hier unten hängt, ja eher noch gerade underperformen und noch nicht so dieses große Momentum mitbekommen haben. Also fast 90 Prozent der Performance kommt quasi aus den großen, großen Titeln und ja, das muss man halt so ein bisschen sich vor Augen führen, warum teilweise vielleicht auch die Fragen entstehen, was passiert gerade an den Märkten. Und das wird nochmal ein bisschen deutlicher an dieser Grafik und zwar sieht man hier auf der einen Seite den S&P 500 Index hier in blau, wie er verläuft, was so verschiedene Ereignisse waren, natürlich insbesondere in der jüngsten Zeit. Und auf diesem anderen, diesem schwarzen, ja Grafen hier sieht man quasi das Wechsel von einem bullischen oder einem bierischen Segment, das heißt von einem positiv gestimmten Investor-Segment zu einem negativen gestimmten Investor-Segment. Und man sieht so ein bisschen, wenn man diesen Grafen etwas größer verfolgt, dass wir hier zur Finanzkrise am Tiefpunkt ungefähr eine ziemlich, ziemlich negative Stimmung am Markt hatten, die sich dann halt an diesem Tiefpunkt wieder umgekehrt hat. Der Markt ist dann wieder gestiegen. Ähnlich war es ja hier in diesem Zeitraum, kann man so sagen, in dem Zeitraum, in dem Zeitraum und halt auch hier in dem letzten Zeitraum, wo wir gesehen haben, dass der Markt natürlich teilweise extrem bullisch war zu diesem Hoch hier und danach, aber das Markt sich natürlich immer stärker verschlechtert hat. Das ist insbesondere die Bewegung hier im letzten Jahr gewesen und wir sehen halt, was in dieser Zeit so ein bisschen passiert ist. Und zum einen, ja, hat die FED langsam angekündigt, dass man vielleicht auch mal aufhört, die Zinsen zu erhöhen. Die Inflation ist so ein bisschen zurückgekommen, auch wenn gerade, ja, das ganze Momentum durch Energie verstärkt wird, die ja zuerst mal Auslöser dafür waren, dass die Inflation überhaupt so hochgekommen ist. Jetzt gehen die Energiekosten wieder deutlich zurück, bremsen so ein bisschen die Inflation. Das heißt, die Kerninflation liegt gerade eigentlich ein bisschen höher. Nichtsdestotrotz sind wir wieder auf niedrigeren Niveaus, das heißt, Zinserhöhungen sind so langsam mal zumindest nicht mehr absehbar oder nur noch wenige Zinserhöhungen sind absehbar. Damit ändert sich das Marktsegment und das sieht man hier so ein bisschen unten. Also wir hatten eine sehr, sehr negative Stimmung und die verbessert sich gerade deutlich. Und das ist auch das, was ich am Anfang so ein bisschen mit dieser Fear of Missing Out angesprochen habe. Und zwar sieht man einfach, dass viele vielleicht noch pessimistisch sind und eigentlich auch noch pessimistisch bleiben wollen, aber durch die positiven Marktentwicklungen so langsam ihre Position hinterfragen müssen. Dementsprechend auch in den Kauf mit einsteigen und das ist dann wie so ein Domino-Effekt, kann man sagen, dass der eine sagt dann, ja, okay, der Markt steigt noch weiter, jetzt muss ich auch einsteigen, der steigt noch weiter, jetzt muss ich noch auch einsteigen. Das heißt nicht, dass der Markt jetzt immer weiter steigen wird. Es kann genauso gut sein, dass es auch natürlich wieder einen anderen Trend gibt, aber das ist ja oftmals so ein Domino-Effekt. Und das hat sich so ein bisschen auch am Freitag gezeigt. Wir haben diese Argumentation ja auch von der FED gehabt und eigentlich ein eher negativeres Signal bekommen. Und der Markt hat es aber gar nicht mal so negativ in der Woche aufgenommen. Natürlich gab es, ja, kann man sagen, Abschläge, aber in der Summe trotzdem noch eine positive Woche. Ja, okay, das heißt, die Marktstimmung ist von irgendwas, was Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres sehr negativ war, noch jetzt wirklich umgeschwungen auf etwas, wo die Marktstimmung wieder positiv ist. Also die Frage ist halt, bleibt diese positive Stimmung beibehalten oder wechseln wir bald wieder ins Negative? Aber wir haben zumindest mal so einen letzten negativen Punkt gesehen und das war so ungefähr auch der Punkt, an dem der Markt sich halt so langsam gedreht hat, weil halt immer mehr Schwung ins positive Segment kommt. Man guckt immer mehr in die Zukunft. Wir handeln ja an den Aktienmärkten in die Zukunft und dementsprechend haben die Märkte sehr, sehr positiv performt. Etwas extremer sieht man es teilweise noch in Asien. Man sieht es hier links beim Hang Seng, der ja auch in dieser Zickzack-Form läuft, immer mal wieder positive Ausbrüche hat, weil man hofft, dass die Wirtschaft sich wieder bessert, dass Corona hinter einem liegt, dass sich die wirtschaftlichen Spannungen wieder lockern. Das ist immer so, ja, so eine Zickzack-Bewegung. Da gibt es mal positivere Daten, mal negativere Daten. Ähnlich sah es eine Zeit lang tatsächlich auch beim Nikkei aus und der ist aber jetzt sehr, sehr positiv ausgebrochen und das liegt zum anderen aus an diesen sehr, sehr guten Geschäftszahlen, die man eigentlich in vielen Segmenten gesehen hat. Also wir haben ja, ich glaube vor zwei Monaten ungefähr, zwei, drei Monaten diese großen japanischen Handelsunternehmen angesprochen und auch die Erwartungen des Marktes, dass teilweise die ja sehr positive Zahlen liefern, also nicht nur die Handelsunternehmen, aber der generelle Marktsegment in Japan. Und das hat sich so ein bisschen bewahrheitet und damit hat man so eine Linie nach oben durchbrochen und befindet sich jetzt wieder auf einem Hoch der letzten 30 Jahre, also auf einem sehr, sehr positiven Trend. Und das sehen wir gleich auch nochmal, wenn wir in unser Depot gucken, wie sich das auf die einzelnen Titel ausgewirkt hat. Man sieht es auch in der letzten Woche, ein bisschen negativere Zahlen aus China, insbesondere was die Import-Export-Zahlen auch betrifft, positivere Segmente aus dem Nikkei. Okay, bevor wir aber in unser Depot gucken, gucken wir uns noch einmal an, was war letzte Woche los. Das nächste Quartal ist ja mehr oder weniger vorbei, das heißt Q2, es liegt so langsam hinter uns, aber es ist trotzdem noch in der einzelnen Woche ein bisschen was los gewesen. Nikola Motor ist mal so ein Kandidat gewesen. Ihr merkt schon, wir sind nicht mehr bei den ganz großen, ganz bekannten Titeln, aber hier sind wir bei hybriden Lastwagen. Und diese hybriden Lastwagen hatten eigentlich einen sehr, sehr negativen Trend. Und dann hatten wir genau etwas, was auch, wie sich so ähnlich auch bei GameStop abgespielt hat, so einen sogenannten Short Squeeze. Und das ist eigentlich dadurch entstanden, dass man mehr oder weniger immer mehr Leute auf den Verfall dieser Aktie gesetzt haben. Und dann gab es dieses positive Momentum der letzten Zeit durch geringere Inflationsdaten, durch Zinserhöhungen, die ausbleiben. Und das war dann so ein Momentum, was dazu geführt hat, dass die Aktie angesprungen ist, viele sich mit Positionen eindecken mussten und es diese Kursexplosion am Ende gab. Bei Nikola ist auch immer die Diskussion, ob das wirklich echt ist, was sie da herstellen. Ja, da gibt es so ein paar Varianten, die da waren, genau. Diese Lastwagen, die auch von den Hügeln gerollt sind, da gab es einiges genau an Spekulationen. Ich glaube, es heißt auch nicht, dass Nikola Motor jetzt hier eine super Aktie ist. Man kann aber, glaube ich, in Summe sagen, dass dieser Effekt halt wieder mal so eine Anomalie eigentlich am Aktienmarkt darstellt, was auch mal wieder auftreten kann. Gut für Trader, kann man fast sagen, wenn man dabei gewesen wäre. Virgin Galactic, ja, auch immer mal wieder in den Schlagzeilen gewesen. Virgin Orbit, ja, ein Unternehmen, was vom gleichen Gründer quasi, aus dem gleichen Gründer entstanden ist. Was jetzt aber in die Insolvenz gegangen ist, kann man sagen, nicht zu verwechseln mit Virgin Galactic. Virgin Galactic ist die Raumfahrtgesellschaft, die diese kommerziellen Weltallflüge anbieten möchte. Und ja, jetzt will man das tatsächlich auch in die Tat umsetzen. Anfang August zwei Flüge kommerziell anbieten und das hat natürlich die Aktie beflügelt. Wir hatten zusätzlich Zahlen von Adobe, also alle, die im Design-Imperium unterwegs sind, kennen den Anbieter definitiv. ist eigentlich ein Software-Datenanbieter, der in der letzten Zeit von einem, ja, klassischen Modell, wo man Software gekauft hat, besessen hat, übergegangen ist zu einem Abo-Modell. Das heißt, die ganze Software von Adobe lässt sich eigentlich nur noch am Abo kaufen. Und das hat das Unternehmen zuerst eigentlich Umsatz gekostet, weil man halt nicht mehr so viel Schub auf einmal bekommen hat. Aber durch diese regelmäßigen, kontinuierlichen, wiederkehrenden Umsätze merkt man eigentlich jetzt ein ganz positives Momentum und, ja, langfristig scheint sich das Ganze auszuzahlen. Als letztes haben wir noch CTS Eventim dabei. Das hat der eine oder andere vielleicht mitbekommen. Da gab es weniger was an Finanzzahlen, Finanzdaten, sondern da gab es, ja, Kritik in der deutschen Unterhaltungsbranche, kann man sagen. Der eine oder andere kennt vielleicht das ZDF-Magazin Royale, wo gegen CTS Eventim mal wieder gewettert wurde. Es gab quasi so einen kleinen Eklat, dass man sich an zu hohen Gebühren bereichert, diese Gebühren ganz undurchsichtig sind. Ja, und das hat eigentlich dazu geführt, dass die Aktie in dem Moment so ein bisschen abgestürzt ist. Hat also eigentlich wenig mit den Finanzdaten zu tun, sondern eher mit dem Standing der Firma außenrum. Das so zu den News der letzten Woche. Wir blicken noch einmal, wie gesagt, auf unser Depot, denn natürlich hat sich auch das sehr positiv entwickelt. Jetzt in dem letzten Momentum, wir sind jetzt hier unten, kann man sehen, ungefähr 5,5 Prozent im Plus. Und die Unternehmen, die halt hier insbesondere rausstechen, sind diese drei Handelsunternehmen, die ich gerade eben angesprochen habe, aus dem Nikkei, die wir uns hier eingekauft haben. Man sieht es ja, am 2.5. haben wir diesen Kauf getätigt. Und die sind jetzt alle ungefähr 30, 40 Prozent im Plus, was man halt daran sehen kann, dass der Nikkei generell halt dieses sehr, sehr positive Momentum erzeugt hat. Und das ist insbesondere bei den Unternehmen ganz interessant, weil die über Jahre eigentlich ziemlich stagniert sind, eher Dividendenzahler waren und damit jetzt auch mal wieder so einen Schwung nach oben bekommen haben. Ich glaube, vor ein paar Tagen wurde auch dann wieder bekannt, dass Warren Buffett seine Position auch in diesen großen Handelsunternehmen weiter erhöht hat. Das heißt, auch da kann man mal weiter ein Auge drauf haben. Wir sehen oben auch Meta-Plattforms, die wir, glaube ich, mit zuletzt gekauft haben. Unten sehen wir natürlich auch immer noch so die klassischen Probleme, die auch immer noch mit zu hohen Zinsen oder Entwicklungen, die kommen muss, auf, enthalten muss, kann man sagen. Von Novia, die hier auch noch unter Druck geraten sind, die auch auf ein besseres Marktsegment hoffen, wieder darauf hoffen, dass sich der Immobilienmarkt vielleicht wieder ein bisschen lockert. Ja, und Biontech, die natürlich immer auf neue Forschungsergebnisse hoffen, um dann endlich mal auch hier wieder den nächsten Blockbuster rauszubekommen. Was mir auch gefallen ist, das muss man hier bei diesem Depot in Summe immer wissen, hier sind keine Dividenden enthalten. Also diese Kursabschläge, die man hier sieht, die durch die Dividenden entstehen, die werden nicht in die Position gerechnet. Das heißt, alles, was Dividende zahlt, fehlt in dieser Übersicht. Keine Kursentwicklung. Genau. Wir schauen einmal auf AMD. Und ich habe es ja angesprochen, wir haben ziemlich genau vor einem Jahr auf AMD geguckt. Und AMD ist ja somit eines der Unternehmen, die immer wieder zuletzt in den Schlagzeilen waren, durch diese ganzen Entwicklungen rund um das Thema Künstliche Intelligenzen, JetGPT und, 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 was alles gerade auf dem Markt geschieht. Bevor wir da kurz drauf schauen, wollen wir nochmal einen ganz kurzen Blick auf AMD an sich werfen. Ein sehr, sehr altes Unternehmen eigentlich, was schon lange Bestand hat, was aber so ein ziemlich größeres Loch quasi in der Zwischenphase hatte und jetzt gerade so ein bisschen wieder zu alten Glanz sich hochmausert. Was macht AMD generell? Man produziert Chips, aber man produziert sie nicht selber in Fabriken, sondern man designt sie quasi nur. Also es gibt ja dieses Prinzip, dass man entweder Chips wirklich designt und auch produziert. Das machen mittlerweile nur noch die wenigsten. Oftmals gibt es so eine Aufspaltung in Chip-Designer, wie zum Beispiel AMD und auch Nvidia und auch die richtigen Chip-Produzenten, wie zum Beispiel TSMC, die dann in Taiwan sitzen, wo es ja auch den einen oder anderen Konflikt gibt. Und die ergänzen sich irgendwie und schaffen so in Summe das ganze Konstrukt rund um das Thema Chip-Produktion. Und wir haben es ja oftmals schon angesprochen hier, wer uns verfolgt, wer weiß, Chips sind bei uns immer wieder ziemlich groß im Thema, weil halt für alle digitalen Entwicklungen der Zukunft eigentlich Chips gebraucht werden. Ganz abseits von künstlichen Intelligenzen und so, wo natürlich sehr leistungsfähige Chips gebraucht werden, hat jeder Kaffeekocher mittlerweile eigentlich irgendwelche Chips verbaut. Zwar nicht von AMD in dem Fall. Genau, aber das Thema Chip ist also grundsätzlich sehr, sehr wichtig. Und AMD, Christoph hat es gerade gesagt, verbaut halt insbesondere sehr leistungsstarke Chips. Zum einen im Bereich Gaming, im Bereich Personal PC quasi, also alles, was mit dem eigenen Computer zu tun hat. Aber auch im Bereich Server, da sind wir eher in Richtung dann wieder der künstlichen Intelligenzen. Ja, oder auch in anderen sehr leistungsstarken Bereichen. Wo man sagen muss, dass die Abwärme von solchen leistungsfähigen Chips vielleicht schon reichen wird zum Kaffeekochen dann. Das kann du durchführen. Also AMD glanzklar ein Konkurrent zu Intel, weil eben in dem gleichen Segment unterwegs, was speziell die PC-Prozessoren angeht. Ein bisschen auch im Grafikkartenbereich, aber da ist Intel mehr so auf der, nicht so auf der High-Performance drauf. AMD hat dann eher da mit NVIDIA den Konkurrenten. Also AMD hat da Grafikkarten als auch eben NVIDIA. Aber ansonsten primär bekannt, glaube ich, als PC-Prozessorhersteller, als Konkurrent zu Intel, wobei man sagen muss, dass Intel nach wie vor einen wahnsinnig großen Marktanteil hat, was Prozessoren angeht. Das ändert sich gerade wieder ein bisschen. Genau so ist es. Man kann das genau so ungefähr in Vergleich setzen und wir werden auch gleich nochmal gucken, warum das auch so wichtig ist, das so in den Vergleich zu setzen. Vorher gucken wir aber nochmal auf die Quartalszahlen. Und ja, wir haben, beziehungsweise auf das Geschäftsjahr und dann auf die Quartalszahlen. Wir haben hier nämlich einmal das Geschäftsjahr. Und hier sieht man quasi die Entwicklung aus dem Geschäftsjahr 2022 zu 2021. Wir machen also ungefähr 24 Milliarden Dollar Umsatz. Davon bleiben ungefähr 1,32 Milliarden Dollar hängen. Das ist ein deutlicher Abschlag zum Jahr davor. Das sehen wir hier unten an diesen minus 59 Prozent. Trotz sehr, sehr stark gewachsenem Umsatz. Und das hat mit vielen, vielen Sondereffekten teilweise auch zu tun. Es hat damit zu tun, dass man große Übernahmen getätigt hat, die auch in die neuen Technologien einzahlen wollen. Das hat aber auch damit zu tun, dass man sehr stark in Forschung und Entwicklung investiert. Das heißt, man hat einen großen Fokus darauf, weiter ganz oben als sehr leistungsstarker Chip-Hersteller angesehen zu werden. Und das kostet nun mal viel. Und ja, das merkt AMD zuletzt insbesondere verstärkt. Also wenn man das letzte Quartal blickt, dann sieht man, dass insbesondere dort jetzt in den letzten zwei Quartalen negative Gewinne zu Buche geschlagen sind. Das hat teilweise, wie gesagt, mit diesen Sondereffekten zu tun. Teilweise aber auch damit, dass man einfach viel, viel investiert in diesen verschiedenen Geschäftsbereichen. Und das Ziel, kann man sagen, ist da wirklich aktuell zu Nvidia aufzuschließen, die so ein bisschen Technologie-Vorreiter sind, zumindest in diesem Grafikkartensegment. Da benötigt man natürlich diese sehr, sehr hochleistungsstarken Chips für die künstlichen Intelligenzen. Das kann man quasi so vorstellen, dass wir einerseits diesen persönlichen PC-Markt haben, wo AMD eher günstigere, trotzdem sehr leistungsstarke Grafikkarten und auch Chips anbietet und auch Prozessoren-Chips. Und auf der anderen Seite haben wir Nvidia, die noch ein bisschen technologisch über AMD stehen, aber auch deutlich hochpreisiger sind. Für viele der jüngsten Entwicklungen ist es aber so, dass man genau diese sehr, sehr hochqualitativen Chips benötigt. Also wir haben jetzt diesen H100-Chip, wer das eine oder andere mitbekommen hat, in diesem Bereich der Chat-GPT-Entwicklung, das heißt im Bereich der künstlichen Intelligenzentwicklung. Und dieser H100-Chip ist halt ein Modell, das Nvidia zur Verfügung gestellt hat. Ein Server-Chip, der gar nicht so einfach momentan zu bekommen ist und auch gar nicht so günstig ist. Dafür muss man so ungefähr 40.000 Euro hinlegen, um diesen Chip zu bekommen. Und dieser Chip wird aber genau für diese ganzen neuen Entwicklungen benötigt. Denn diese neuen Entwicklungen brauchen sehr, sehr viel Rechenleistung, sehr, sehr viel Power, sie brauchen auch sehr, sehr viel Energie. Und diese Entwicklungen können aber bisher zum großen Teil halt nur von Nvidia-Chips getragen werden. AMD versucht jetzt aufzuschließen, hat jetzt vor kurzem einen neuen Chip vorgestellt. M300X heißt der, der soll technologisch quasi auf einem gleichen oder sogar über dem Niveau von Nvidia liegen und soll quasi dazu helfen, AMD auf das gleiche Level zu bekommen. Dann muss man sagen, die Umsätze in den verschiedenen Bereichen bei AMD haben sich anders entwickelt als bei Nvidia. Man kann sagen, dieser Personal-Bereich, der hält sich eigentlich ganz gut bei AMD, fällt aber trotzdem, weil wir haben rezessive Phasen. Die Konsumenten haben nicht mehr so viel Kapital, schwenken eher auf günstigere Chips vielleicht von AMD um oder sie kaufen gar keine. Das heißt, Nvidia sieht da eigentlich einen deutlich stärkeren Einbruch. Auf der anderen Seite hat Nvidia halt in diesem Server-Chip-Bereich sehr, sehr stark zugelegt und AMD hat diese Entwicklung bisher noch nicht mitgemacht. Dort stagniert man. Das heißt, man erhofft sich, durch diesen neuen Chip aufzuschließen. Das Problem ist, der kommt erst im Quartal 4, das heißt, es dauert noch ein bisschen dahin und die Entwicklungen sind gerade doch sehr, sehr rasant. Das heißt, vielleicht ist man da ein bisschen zu spät, denn Nvidia ist da, glaube ich, auch in weiterer Entwicklung dran, aber das bleibt dann weiter abzufahren. Zurück kurz zu den Zahlen, was wir hier sehen. Wir haben den KGV von 626. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr hohes KGV, was zum einen daran liegt, dass der Gewinn natürlich deutlich eingebrochen ist, also um diese 60 Prozent. Aber wir merken auch, wenn wir das wieder oben draufschlagen würden, das heißt, in diese vielleicht gerade nicht so extremen Entwicklungen gehen würden, selbst dann hätten wir noch ein hohes KGV, was aber damit zu tun hat, dass wir halt auch ein sehr hohes Umsatzwachstum haben. Also AMD da wirklich für die Zukunft plant, noch seine Marktpräsenz weiter auszubauen in den verschiedenen Bereichen und das muss man sich aktuell ein bisschen teurer erkaufen. Nichtsdestotrotz hat die Aktie sich sehr positiv entwickelt. Seit wir das letzte Jahr darüber gesprochen haben, sind hier ungefähr 60 Prozent plus zu sehen und das sieht man auch in dieser Bewegung hier oben. Wir haben natürlich den großen Hype rund um die Corona-Zeit. Dann ist man deutlich zurückgekommen. Insbesondere im Chip-Segment ist der Konsum auch deutlich zurückgegangen und das zieht jetzt gerade wieder an, was natürlich mit den neuen Entwicklungen, aber auch mit den generellen Entwicklungen im Aktienmarkt zu tun hat. Blicken wir zuletzt noch auf die Pro- und Kontra-Seite. Man kann sagen, das Unternehmen profitiert grundsätzlich einfach von dem generellen Bedarf am Chip-Markt. Das ist den, den wir auch immer öfter ansprechen. Das heißt, wenn man gar nicht auf einzelne Trends unbedingt setzen möchte, dann ist doch in der Zukunft ziemlich klar, dass wir auch hochleistungsfähige Chips brauchen in unserem Alltag und dass eigentlich das Thema der Digitalisierung ist. Und das ist natürlich einer der großen Profiteure. Das liegt daran, dass das Design von diesen leistungsstarken Chips gar nicht so einfach ist und eigentlich das Know-how in den Händen von wenigen Unternehmen liegt. Christoph hat es gerade eben angesprochen. Intel, Qualcomm, Nvidia, AMD, das sind so da die großen Unternehmen. Es gibt noch ein paar andere rechts und links, aber das sind so die, die sich natürlich auch um den Markt streiten, haben so ein bisschen Spezialisierung in verschiedenen Segmenten. Grundsätzlich kann man da sagen, braucht man ja auch eine breite Masse an Chips für verschiedene Anwendungsfälle. Und ja, man muss sagen, dass das auch gefördert wird von den USA. Also die wollen diese Technologie, dieses Know-how auch hochhalten, auch in der westlichen Welt quasi halten und fördern das auch immer ganz stark. Also wer es zuletzt mitbekommen hat, Intel baut jetzt auch wieder Fabriken, sowohl in den USA als auch hier in Deutschland, in Magdeburg jetzt zuletzt. Und ja, man sieht, dass da also quasi viel Investitionskapital auch drin steckt. Auf der anderen Seite sehen wir, dass das Unternehmen hohe Ausgaben halt für die Marketing hat, für Forschung und Entwicklung hat. Das heißt, man setzt gerade auf viel Geld dafür ein, aufzuschließen zu den Branchenführern. Und das geht natürlich zulasten des Gewinns. Zusätzlich haben wir das Problem, dass wir halt als Fabless-Designer auf die Produktionsstätten anderer Unternehmen angewiesen sind. Das heißt, man hat keine eigenen Fabriken, sondern man designt nur und lässt dann fertigen. Genau, das heißt, man hat theoretisch das Problem, dass man ja auch nicht einfach die Produktion so einfach hochfahren kann. Also das können jetzt auch nicht die anderen unbedingt, weil es gibt halt nur mal einen Engpass und Chips sind nicht so einfach zu produzieren. Aber grundsätzlich ist man darauf angewiesen, dass man diese Kapazitäten bei anderen Unternehmen bekommt. die für einen produzieren. Und das ist natürlich auch geopolitisch so ein bisschen unter Feuer, wenn man jetzt gerade nach Taiwan guckt, wo der größte Chip-Produzent der Welt sitzt. Zusätzlich unten, ich habe es gerade eben angesprochen, diese neuen konkurrenzfähigen, kann man sagen, natürlich die Chips sind gerade auch schon konkurrenzfähig, auch in anderen Segmenten. Aber diese neuen Chips kommen erst Ende Q4 auf den Markt. Und bis dahin muss man quasi dabei zusehen, wie die Konkurrenz doch schon Schritte nach vorne geht. Das kann man so ein bisschen zur AMD sagen, Christoph. Ich weiß, du hattest Positionen in AMD, hast immer noch Positionen auch in AMD. Auch ich habe Positionen in der Aktie, aber ich glaube, wir verfolgen das Ganze auch weiter entspannt. Und wir hatten ja letztes Jahr ziemlich genau für ein Jahr das hier vorgestellt. Und da ging es ja darum, speziell auch Cash-Ticket-Putz auf die Aktie zu schreiben. Da stand es nämlich so um die 70 ungefähr. Und da waren natürlich solche Cash-Ticket-Putz auf 60 oder 50, ganz attraktiv. Ich glaube, im Tief weiß ich nicht, wo die Aktie war, aber sie ging so Richtung 60 einmal. Und steht eben jetzt, oder stand jetzt im Hoch so bei 130. Also man sieht, Chip-Branche ist auch sehr volatil. Das ist nicht so ein Dividendentitel, der so ein Dickschiff so mäßig hin und her geht, sondern das sind schon ein bisschen, das sind Technologiekonzerne nach wie vor und ist auch sehr konjunkturell, sehr stark abhängig. Trotzdem, genau, ich bin investiert. Ich bin auch nach wie vor investiert in AMD. Ich hatte damals auch ganz klar gesagt, dass ich um die 70 Dollar investiert bin. und ich halte den Titel weiter halten, weil ich glaube, dass es die ganze Branche grundsätzlich die nächsten Jahre noch sehr stark wachsen wird, auch wenn es immer wieder Dellen gibt vielleicht, weil der Heim-PC-Markt nun gerade erst mal gesättigt war nach Corona und so weiter. Das wird immer wieder passieren, aber langfristig gesehen sind, ja, die Digitalisierung ist noch mitten im Gange. Wir sind da lange nicht fertig und mit AI kommt nun gerade die nächste Welle von, nächste Welle, wo sehr viele Chips auch gebraucht werden. Und ich habe nicht nur AMD, sondern habe verschiedene Chip-Hersteller, auch Intel, Qualcomm mit im Boot und ich denke mal, da setzt man, glaube ich zumindest, auf eine Branche setzt, die sehr zukunftsträchtig ist und wo auch die Unternehmen noch viel Wachstumspotenziale haben. Ja, für alle, die es interessant finden, wir werden uns das Ganze in der Investmentwerkstatt auch nochmal intensiver angucken, auch insbesondere in Konkurrenz zu Nvidia. Wir haben das ja schon mal gemacht, werden uns deshalb insbesondere gerade mit dem Fokus auf diese neuen, sehr hochleistenden Grafikkartenchips nochmal angucken und die Unternehmen nochmal in den Vergleich setzen. Was steht die Woche noch an? Es sind noch ein paar Earnings, quasi, die auslaufen. Wir haben FedEx, die immer mal wieder auch in den Medien sind, die gerne immer noch zu OPS aufschließen möchten. KB Home, Essential, Darden, Restaurants, Hornbach, CarMax, also ihr seht, es sind oftmals jetzt so ein bisschen kleinere Unternehmen auch mit dabei. Das heißt, wir sind gerade so am Abflauen der letzten Quartalszahlen und beginnen dann bald wieder mit dem nächsten Quartal. Genau, das Quartal ist dann Ende Juni zu Ende, Juli ist dann, wann beginnen die Banken dann wieder mit der Berichtssaison ungefähr? Genau, Anfang Juli geht es dann quasi wieder los und dann, ja, startet das ganze Spiel wieder von vorne. Wir haben aber auch noch ein paar andere Termine. Wir haben ja gerade eben auch gesehen, global, also makroökonomisch ist auch sehr, sehr viel los. Wir gucken auf die Entwicklung der Erzeugung preisfrei in Deutschland. Die sind jetzt auch mittlerweile schon rausgekommen, sind deutlich quasi auch zurückgekommen. Entwicklung der Inflationsrate in Großbritannien, auch da hofft man natürlich auf weitere Rückgänge und am Donnerstag haben wir auch nochmal Zinsentscheide, auch in England, in Großbritannien von der Zentralbank, auch da erwartet man noch weitere kleine Zinserhöhungen und ja, Entwicklung der Häuserverkäufe hatten wir auch gerade eben schon als Thema. Die sind weiterhin rückläufig in den USA und dementsprechend ist da auch der Markt gerade so ein bisschen in Anspannung und auch da hofft man natürlich auf wieder bessere Konjunktur, dass man seine Häuser auch besser an den Mann bekommt. Wenn wir auf unsere Termine gucken, dann kann man sagen, am Donnerstag ist der vorletzte Teil des aktuell laufenden Basiskurses, Futures und Optionsscheine gucken wir uns nochmal an, nachdem wir uns letzte Woche Optionen angeguckt haben. Auch da die ganzen Kurse findet ihr natürlich nochmal in der Mediathek und im Mitgliederbereich und wir haben natürlich auch wieder die nächste Investmentwerkstatt und wir werden starten wieder mit einem Rückblick auf die Depot und die Quartalszahlen nach dem Ende des Q2 kann man sagen, hier am 5.7. geht's los. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne rein. Falls nicht, hören wir uns wieder Donnerstag oder nächste Woche und wir kommen zurück, Dustin. Danke, Christoph. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.